Ich muss jetzt hart Werbung machen, Alter. Zup, 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 zup. Klubinski, ja? Nach rechts. Ja, ja, Klubinski. Du hast einen bekommen. Guck mal, wenn du jetzt noch im September einen Dollar oder einen Euro investierst, dann kannst du für einen Monat nochmal verlängern. Für einen Euro, anstatt für vier oder fünf. Ich mache nur Werbung. Also die von uns weg, die große Halle, gehe ich. Die haben wir doch markiert. Das würde er überhaupt haben. Ja, aber nicht alle vier, ich bin zwei, zwei gehen. Mach nicht die großen Tore auf, mach lieber die Seitentüren auf. By the way. Also da landen noch welche in der Dreierhalle. Ich glaube, ich komme die Tür nicht rein. Ich lese gleich, sorry. Waffenschein in dem Spiel lohnt es zu sein, oder was? Ja. Das sehe ich schon. Ich habe mal hier einen Sensor dort geschossen, ne? Was die pushen? Ich glaube bisher immer noch keine Waffe. Alles gut, Xerox. Die pushen, die pushen, die pushen. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, stimmt. Drüben bei euch, Leute drüben. Ja, ich bin so Insta-Tot, Alter. Oh, sorry. Gegner schießen halt nicht auf mich, aber du dann. Hinter dir. Ach, hier oben ist noch einer. Och, sagt es doch. Ey. Habe ich nicht gesehen. Oh, sorry. Als ich es gesehen habe, habe ich es dir gesagt. Was ist da? Der ist tot. Als ich es gesehen habe, habe ich es dir gesagt. Sorry. Beo4, das ist momentan der Open Beta. Größte Scheiße überhaupt. Oh, leise. Die ist heute noch open und morgen, glaube ich. Bis morgen sind 19 Uhr müsst ihr gehen. Für uns. Einzigen Schaden in den Fight vom Teammate bekommen. Ich bin soweit dann. Ich würde sagen, sammeln wir uns mal alle am Heli, hm? Bo4 wird wahrscheinlich nicht auf Steam erscheinen. So wie sie es jetzt angekündigt haben. Ja. Können wir jetzt mal hier los machen? Die Zone ist da. Ja, ich sitze drin. Ich warte nur, dass ihr höher fliegt. Ja, irgendeiner hätte mir immer sagen müssen, dass wir fliegen müssen. Ich würde sagen, wir machen einen Paradrop oder was gut immer. Ja. Aber halt irgendwo in der Zone, ne? Und dann musst du hoch genug fliegen. Geh aufs Anwesen hoch. Ich habe es markiert. Das wäre mir fast am liebsten. Kann man nicht höher fliegen? Nee, ich drück schon so viel Leertaste wie geht. Okay. Oh, wir werden schon beschossen. Schießt wieder jemand durch uns? Oder wann auch? Ich habe es überlandet, ey. C, 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 C. C geht runter, ja. Wacht er nicht. Ah, wann ist es? Es ist der AG. Ja, da wo du kriechen hast eigentlich. Oder dahin hocken. Oh, ich bin rausgesprungen. Nee, bin ich nicht, lol. Äh, kann einer von euch fliegen, schnell? Y drücken. Oh, und zwar jetzt. Schnell, schnell, Y. Da kommt ihr auf dem Fahrrad versetzt. Hast du? Ja, ich bin Pariad, glaube ich. Nice. Und bin ich auch hoch zum Anwesen? Was? Geh mal runter, oder? Nee, hier, Wald ist gut. Bleib doch hier. Wir gehen Anwesen. Oh, ich will nicht in ein Haus. Oh, oh. Ah, okay, er fliegt durch den Baum. Ist auch fein. Ich weiß, was da schlammt. Tot. Ein bisschen Vertrauen. Die Frage ist halt, hier wird schon jemand sein. Sehr wahrscheinlich. Oh, da kommt es mir nicht an, oder düst. Süden. Süden. Jupp. Das ist ja zum Heli. Wir müssen mit dem Heli sein. Wow. In so ein Dunkel. Ja, sind eingestiegen. Wir haben rausgeschossen. Hahaha. Hahaha. Hahaha, du Trottel. Aber dann waren es zwei. Aber es ist auch irgendwo sein. Da ist ja noch einer abgehauen. Da geht er runter. 280. Nah, oder? Ja, relativ, ne? Also mal kommt hin. Da hinten ist auch nichts. Also wenn da irgendeiner gewesen ist, falle ich vom Glauben ab, ey. Lass mal da hingehen. Was ist denn das für ein, das Trophy-System, oder? Trophy-System, oder? Trophy-System. Ja. Oh, hier ist End von Komponente. Der ist ja wirklich, der ist außerhalb der Zone, oder? Ne, im Zaun ist noch drin, aber danach ist es vorbei. Ja, das ist ja mal ein Drop, ey. Ne, der ist außerhalb. Really? Musst du halt in 10 Sekunden looten und zurückkommen, ne? Ne, du kannst auch so looten. Und was ist drin? Nichts gescheit. Was ist denn drin? Ja, ne Kriegsmaschine. Ich hätte noch zwei Raketen, wenn einer die Kriegsmaschine nehmen will. Ne, danke. Klar. Sonst nix? Ja, gewaffen halt, ganz kräppig, ja. Ja, guck mal, wo die Zone ist. Lol. Ich hab mal gut gerannt, ey. Hat einer von euch noch 3-3-A? Ne, 3-3-8er? Ja. Nein, ich nicht. Ich hab nur 0-5er. Dankeschön. Oh, Leute, wir haben hier richtig die Arschkarte gezogen. Ich hab nämlich keine Thrive, oder irgendwas. Ich hab eine. Deswegen, wenn du mir eine haben musst, geb ich dir eine. Boah, das ist ja richtig ekelhaft hier. Ist doch cool. Süß, süß. In der Beach. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt mit dem Snipe, mate. Jetzt krieg ich gleich wahrscheinlich wieder die Krise. Jetzt kriegst du gleich einen Headshot of Doom und bist einfach raus. Ja. Ein 3er, äh, weißt du ihn nicht. Ach, du kriegst einfach zwei gleichzeitig. Hm. Das glaub ich auch, leider. An der Baustelle oben. Also die Zone ist richtig cancer, so. Ja, Mann. Die ist sehr, sehr offen. Ich mach mich jetzt hier an einen Baum, so. Das ist mein, ich bin jetzt Baumkuschler. Ich bin halt relativ weit weg, gell, hinter euch. Ja, ich bleib hier hocken, so. Willst du dort bleiben, oder? Also gibt's einen Grund? Ich will gern da bleiben, ja. Ich hab hier einen großen Stein. Und hab ein bisschen mehr Platz zum Moven. Bei mir läuft einer hier. Tot. Aber hier sind noch mehr. Also hier kommen welche von Nordosten, 60. Ich muss ein Stück zurück. Dass sie über den Berg kommen müssen. Ich markier mal wo. Mit einer Rauchgranate. Ungefähr. Da. War ich grad, wo die dahinter waren. Ich guck Richtung Baustelle halt, so. Wäre coole, wenn die mich nicht abschießen. Ich hoffe, ich kann's aber nicht garantieren. Du kriegst Besuch? Ja, ich seh's. Aber ich kann auf die nicht schießen. Die jetzt auf dich schießen. Komm, zwei Stück, hab's da eigentlich gut getroffen. Der eine hat keine Rüstung mehr. Oh, und vom Stein, vom, von dem Stein, den ich gerade angesagt hab. Ich kann euch smauken, wenn ihr wollt. Oh, die kann ich, kann ich eigentlich selber machen, Smauke werfen. Ich hab eine geschmissen. Am Stein halt. Die werfen Granaten, wo Karris Alter vor sie. Ich seh den Stein nicht. Ah, da hinten, wo die Granaten explodieren. Ja, aber da sind sie noch, warte, drunter, glaub ich. Ich komm zu euch runter. Ja, 170 irgendwo schießt er auch, oder so, glaub ich. Auf dich? Nee, nee, nee. Ich hör's nur schießen, Gott. Ist ja gut, wenn die, die kommen bei Karris, die Leute. Oh, kippt. Oh, war. Ich wurde übel gehittet. Einer down. Ich muss mir kurz rein. Einer pusht zu dir. Zu mir? Ja, nee, da ist's down. Da muss aber noch irgendwann da sein. Beide sind down. Einer oben am Baum. Ist doch immer am Baum. Und der andere unten, der runtergelaufen ist. Ich werd besnipet. Ich glaub, wieder vom Stein, ich vorhin markiert hab. Ja. Tot. Da kommt noch einer weiter links rüber. Ich seh's nicht. Ich seh auch nicht, worauf du schießt. Tatsächlich. Da in dem einen Busch drin, wo ich hinschieß. Da war einer mit ner Snipe. Den hab ich doch grad erledigt. Und dann ist einer weiter nach links gelaufen. Das ist halt ne Ledge, das sieht man halt nix. Das ist übrigens noch ein Drop auf Süden. Wie stehen wir denn? So stehen wir jetzt hier. Okay. Oh. Von rechts, vielleicht beschlossen. Von dem Drop, glaub ich, Süden. Oh ja. Ganz Süden, hinten am Berg. Über dem... Über den Dingens drüber. Da. Die treffen gut. Ja, der trifft mich natürlich an. Ja, die treffen gut. Sag ich ja. So nochmal auch. Du bist nicht drin, ne? Ich weiß. Wir gegen drei. Wir gegen drei. Aber wen gehütet hat nen bösen Hütten mit der 50er. Das ist ganz rechts am Berg gewesen. Hier ist ne Titan drin, falls man nicht irgendjemanden haben will. Naja. Hab ich dem voll in die Rift so gelunzt. Sind die genau bei uns gegenüber, oder was? 180 hinter dem fetten Berg. Das ist ganz rechts, ja. Push nach links. Am Stein. Sie pushen nach links? Ja, an nem Stein da links. An nem Stein drüben auf dem Berg 180, ganz hinten. Da ist ein Stein drauf. Okay. Da links ist er rübergegangen. Und vorher war ganz rechts an der Kante einer. Bisschen Angst, dass ich hier von links geflankt werde. Ich hab links ein bisschen im Blick. Ja, deswegen kommt man nicht zu uns. Ja, wir müssen auf die los. Guck mal auf die Zone. Oder? Ne, lol. Ne, die warst die Zone. Travel the indicated safe zone. Die müssen zu uns. Die müssen zu uns. Wir dürfen es bloß nicht wegsnipern lassen. Und sagt, der kriegt ihren Hitsch oder da. Oh, von links, von links, sind schon links auf dem Berg. Ich weiß nicht, wie weit links sie sind. Das ist ein bisschen das Problem. Wahrscheinlich an nem Stein da an der Ledge. Hat n' Hit an nem Stein da. Da ob ich jetzt draufschieß, der Stein. Gesehen? Ja. Hat n' fett n' Hit in die Rüssel. Da ob ich hinschieß, liegt der andere. Einer down. Ich pushe. Boah, ich hab nen bösen Headshot gekriegt. Ich komm mit, Line, ich komm mit. Blol. Ist gut. Okay. Der ist low. Der ist sehr low. Nice. Da muss noch irgendwo einer sein. Solo-Spielbar, maybe. Danke. Muss ich mal irgendwo jetzt hier hinlegen. Und mal verbinden. Könnte auch im Wasser sein, der Dude. Ich bin noch nicht drin. Ja, der könnte im Wasser sein. Das stimmt. So, hier bin ich aber schön drin. Ich hoffe, ich... Ich werde nicht jetzt nicht von hinten gebombst. Nice, ein Wasser. Nice. Sauber. Nois, noise, noise. Da hab ich sogar mal ab und zu ein paar Sniper-Schüsse getroffen. Geil. Ich auch. Sauber, Junge. Die Paladin ist gut. Die 3-3-8 geht mir nicht rein. Ich hab mir da grad gut gehittet. Die Paladin ist so devastating, aber die trifft. Ja, die ist auf jeden Fall devastating. Das stimmt. Nummer 3. Läuft. Dann bin ich Rang 4. Yay. Hashtag läuft, ne? Joa. 500 damage hab ich angerichtet. Das ist so.